Hallo Leute! Willkommen zu einer neuen Folge Metal Evil Dynasty. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, kurz und knapp. Ich habe einen neuen Speicherstand angefangen, weil der alte 15 Tage war. Und wie ihr gerade seht, ist jetzt Sommer. Ich habe auf sieben Tage gestellt. Ich fand es besser, weil einfach die Zeit, das war unmöglich. Und ich bin auch umgezogen. Jetzt muss ich erstmal hier wieder gucken, wie hier alles funktioniert. So, ich bin umgezogen. Ich wohne jetzt in der Nähe von Rollnicka. Da ist ein schönes Feld. Wie ihr seht, es ist hier echt groß. Und Platz habe ich. Und ja. Huch! Ist mal ungewohnt wieder. Leider habe ich noch nicht so viel gebaut, wie bei den anderen, aber mein Gott, ist halt so. Da kommen wir wieder locker hin. Wir sammeln mal ein bisschen. Nein, ich habe mir halt beigedacht, wenn ich umziehe, hier ist einfach mehr gerade. Wenn ich hier so wie hier Felder anpflanze, ist das natürlich echt besser. Und die kann ich einfach sammeln. So, und wie man sieht, war hier eigentlich irgendwie ein Feld von mir. Aber das sieht so ganz komisch aus, ne? Das Feld. Weizen. Ist das fertig? Ne, ne? Ist ja interessant, ja? Rote Beete. Was ist das hier? Ist das doch auch was Gepflanztes, oder? Mit der Sense erforderlich. Sense. Da muss ich ja mal gucken, ob ich die überhaupt bei habe. Sense? Ist das eine Sense? Ne? Ich habe keine Sense. Wie baue ich denn jetzt eine Sense? Da haben wir ein Problem. Alles klar, wir gehen jetzt erstmal hier hin und schmeißen hier das, was wir gerade geerntet haben. Hier rein, Zwiebeln. Ah ne, das ist ja Essen, wahr? Ich brauche unbedingt ein Nebensmittellager. Das Spiel ist für mich ganz schön laut. Ich mache es ein wenig leiser. so, Lebensmittel, Sense, eine Sense. Wie kriege ich denn eine Sense? Handarbeit. Ich brauche garantiert, ähm, den, ach, jetzt sag ich schon, kleines Haus. Nein. Gewinnung, Holzschuppen, wo war es der Holzschuppen? Oh, jetzt bin ich nicht. Ähm, ja, Nutzpflanzen, Kraften. Die Werkstatt brauche ich. Aber die habe ich doch noch gar nicht voll. Weil ich nicht so viel gekraftet habe wie in den anderen. Alles klar. Gut, ähm, es ist immer noch nichts nachgewachsen hier. Ähm. Gut, ich dachte immer, wenn der Monat vergeht, dann wächst alles nach. Aber ist wohl nicht der Fall. To Change? Was ist denn To Change? Neues Level? Plus drei. Die haben alles zurückgesetzt. Ah. Weil die was geändert haben. Alles klärchen. Level erhöhen. Ich hatte eh das gelevelt. Diplomatie. Ähm. Habe ich auch das? Größere Widerstandsfähigkeit gegen Vergiftung und Überleben. Erfassen von Pilzen, Federn, Kräutern und im Entdeckermodus. Tja, das habe ich, glaube ich, sogar gelernt. Ähm. Journal, Management. Wir können immer nur noch vier Häuser bauen. Aber wir müssen jetzt ganz viel quaften. Das heißt, wenn wir ganz viel quaften müssen, quaften wir einfach, ähm, am besten ein paar Äxte, wahr? Stein und Stock. Stein und Stock. Stein. Transfer. Jo, gib mal alles. Und Stock. Und dann hoffen wir einfach mal, ähm, dass das reicht. Erststelle mehr, ähm, ich mache jetzt einfach mal fünf Stück, um zu gucken, ob das schon ausreichend ist, um unser Quafting Level natürlich nach oben zu treiben. Also die sieben Tage, ähm, da hat wirklich das gereicht, dass ich alle Quests hier auf dem Map machen konnte. Natürlich habe ich es nicht geschafft. Ähm, sag schon. Ich habe es nicht, oh, ich bin überlastet. Ich habe es nicht geschafft, die anderen beiden Häuser, die ich gebaut hatte, schon zu bauen. Aber ich sehe das jetzt nicht als so schlimm. Ähm, den Hölzern, den Hammer transferiere ich auch mal hier rein. Die Stein-Äxte mache ich alle hier rein. Ich muss nämlich jetzt erst mal gucken, wo ich meinen Crafting Level sehe. Bei Technologie, Gebäude, Fähigkeiten. Das war Technologie, Jagdhütte. Ähm, 47 Punkte. Okay. Jetzt bauen wir nochmal so eine blöde Stein-Axt, um zu gucken, wie viele Punkte die bringt. Ich weiß, dass ich zu viel trage. Okay, eine noch. Eine wunderschöne Axt. Das Inventory. Yay. Und sie haben einen Level-Up. Super, 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 super toll. Rüber mit den scheiß Eisenbolzen. Die brauche ich natürlich auch nicht. Ich habe so viel Müll im Inventar. Drohrhut. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich einen Strohrhut anziehe. Technologie. Wir haben jetzt die Werkstatt. Holzwurzeln, Sense brauche ich sicher. Ich muss die jetzt erst mal bauen. Gut. Ich glaube, ich baue die hier so hin, dass da ein Weg kommt. Ähm. Wir bauen eine Werkstatt. Wenn ich doch weder wüsste, wo dieser Scheiß war. Acht Rundholz. Yeah. Ich bin sowas von overfull. Ich habe hier sechs Rundholz. Das heißt, ich gehe gleich noch zwei Farben. Gehe aber derweil mal hier in die Hütte, in das gute Stübchen und schmeiße hier mal die ganzen Essenssachen rein. Nährwert 4. Das ist aber nicht gerade toll, ne? Aber hey, meine ersten Zwiebeln. Ich bin sehr begeistert. Die verkaufe ich. Johanniskraut. Gewicht ist zwar nicht viel. Hey, was habe ich zum Schluss gemacht? Lauter Fleisch im Inventar. Lauter Suppen. Ein Apfel. Noch mal eine Suppe. Ich war sehr, sehr fleißig, glaube ich. So, das sieht doch schon besser aus. Hier habe ich die Stöcker, kann ich noch wegpacken. Zwiebelsamen könnte ich eigentlich wieder anpflanzen. Aber da fehlt mir doch Dung, ne? Klamotten. Packe ich das weg? Äh, Feldstiefel? Nee. Ich glaube, mir Alter 18. Ich bin 18 Jahre. Wow. Seit wann steht denn das da? Ausrüsten. So, jetzt ist die Frage. Ablegen. Ausrüsten. Da ist jetzt irgendwie nichts passiert. Aber wir haben ja Sommer. Ich glaube, für den Sommer ist garantiert ein Strohhut besser. So, in meiner super tollen Falle ist noch nichts passiert. Ey, ich sehe schon, ich ernte hier den ganzen, oder ich fälle hier die ganzen Bäume, die hier um mein Gebiet rum sind. Baumfeld. Baum, Feld. Ah. Das war mein C. Okay. So. Haben wir das Rundholz? So. Ja. Da rennen wir mal zurück. Mach ich so ein Haus? Ja, war. Aber ich finde, das mit Stöckern geht im Moment irgendwie schneller. Ich hätte nämlich gerne, ähm, auch ein Holzfäller. Transferieren wir das Ganze zu mir ins Inventor. Und du kriegst hier Haufen Cheat. Du kriegst die Zwiebelsamen, die nichts wiegen. Aber das ist schon mal gut. Wenn man einmal was anfühlt, kriegt man davon auch die Samen, ja. Und du kriegst meinen ganzen Steinscheiß. Stock behalte ich. Und jetzt kann ich auch laufen, ne. Wie groß ist denn das Häuschen? Ich hoffe nicht allzu groß, dass das nicht, dass das nicht in meine Planung passt. Ach, das war dieses Ding. So, ich mach mal so. Weil, dann hab ich hier noch einen kleinen Weg. Ja, das, damit können wir leben. Hm. Wo ist denn dieser Hammer? Hauen wir mal die Stöckerrinder. Wie? Nicht genug Ressourcen. Ach, jetzt geht wieder dieses Fribbel und Frabbeli los hier. Stroh habe ich noch auf Lager. Wir gehen noch mal hier hinten hin und reißen hier ein paar Bäume ab. Hallo. Jetzt atmet er schon wieder so komisch. Hallo. Äh, wie viel brauche ich denn? Wenn du mal treffen würdest, das wäre echt mal eine Glanzleistung. Wo sind eigentlich die ganzen Essdachs? Ach so, die kriege ich ja automatisch im Inventar. Äh, ich brauche noch einen Baum. Oh, das reicht doch nicht. Meine Axt ist gleich kaputt. Tschüss, Axt. Hm. Äh, ich suche mir mal einen Stein. Dann baue ich mir einfach vor Ort mal ein Stückchen. Ein Hammer, kann ich immer bauen, ja. Einstein, Mainstein. Ähm, wo war denn jetzt der Baum, den ich hier umgeflattert habe? Nee, den wollte ich umhacken. Oder ist der das? Hm. Äh, ich brauche zwei Stein. Hm. Äh, sind das... Oh, das sind fertige Bären jetzt. Oh, cool. Ich will... Äh, kann ich die essen oder vergiften die mich auch? Oh. Yummy, yummy, yummy. Die sehen aber lecker aus. Die sehen eigentlich aus wie kleine Fläumchen. Hallo ihr schön. Kommt in mein Inventar. Ich will da was zum Verkaufen. Muss ich doch mal glatt gucken. Bären. Nährwert 0,5. Nahrung plus Wasser. Hey, das ist ja mal richtig klasse. Nahrung und Wasser, das ist immer gut. Guck mal, hallo. Ich drücke meistens nur einmal E. Obwohl da drückt, hält steht. Ah. Ich muss mir unbedingt ein Weib holen. Aber ich bin hier leider nicht so der Frauenheld. Ist ja auch verständlich. Warum sollte ich auch? Aber naja. Irgendwo hatte ich mir eigentlich, glaube ich, schon sogar eine ausgesucht. Ist mir so. Gib mir lieber die Bärchen, die Bärchen. Also. Die rohen Bären sind also im Frühling. Die, die die ein Vergiften tun und ein Umring. Damit macht man Farbe. Ich bin gespannt. Also hiermit mache ich jetzt Marmelade am besten. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss noch kochen lernen. Aber vielleicht will das ja auch später das Weib haben. Wenn man sich mal eins anlegt. Ja. Eins erobert. Oh, das war ja richtig gut. Ich glaube, das wird auch meine allererste Anschaffung. Die Frau zu Hause. Weil vielleicht kann ich dir auch sagen, hey, ernte mein Feld. Ich habe ganz viel Bären. Ich bin bärenstark und bärenreich. Aber das ist schön zu wissen, ja. Wenn ich die im Frühling alle hier weggeerntet habe, dass sie im Sommer trotzdem hier gewachsen sind. Ich sag mal, damit kann ich dann schon mal meine Leute ein wenig überleben lassen. Achso, ich wollte den Baum fällen. Ey, ich bin so vergesslich. Immer und immer wieder. Lenke ich mich selber ab? So. Wo ist der Hammer? Alter, das wird hier eine richtig geile Siedlung, ey. Ich habe hier so viel Platz. Das wird richtig Hammer. So. Öffne dies. Stöcker brauche ich nicht mehr. Können erst mal zurück. Ich brauche Stroh. War hier Stroh von der Nähe. Stroh könnte ich auch mal farm gehen. Also ich brauche eigentlich einen Holzfäller. Da ist ja hier eh der Wassersäufer vom See. Oh, mein Schatten hat einen Hut auf. Ja, cool. Ist ja geil. Der hat jetzt einen Sonnenhut auf. Oh, ich habe hier Bären vergessen. Hallo. So, zwei Bäume müssten jetzt reichen und dann bin ich, glaube ich, fertig. Und dann gucke ich mal, was ich so an Questies machen kann. Du bist eine wunderschöne Böke. Oh, die mir auf den Deckel fällt. So. Oh, mein Schatz fehlt dir eigentlich nur dieses Rundholz. Steinwerkzeuge, hölzerne Werkzeuge. Ich brauche eine Sense. Knüppel? Oh, Knüppel. Nicht genug Technologie. Hölzerner Speer. Eimer. Hacke. Wo habe ich denn Sense? Steinwerkzeuge, Steinhacke, Pfeil. Sense, Steinsichel. Ist die Sichel manchmal das? Jetzt bin ich echt ein bisschen überfragt. Also, die Schaufel brauche ich eh. Knüppel nicht so unbedingt. Einen Hacker habe ich. Angelspeer. Oh. Steinspeer. Steinmesser, Steinmesser, Steinhacke. Ich hoffe einfach mal, dass das das ist. und Holz packe ich hier rein. Beere. Die unreifen Beeren, die packe ich hier auch mal alle rein. Wie viel Platz habe ich? Ja, mein Gott. Da passt ja noch einiges drin in die Hütte. Und dann hole ich mir jetzt hier den Stein raus. Den haben wir schon im Inventor. Und den gehen wir hier hin. Steinwerkzeuge. Jetzt fehlt Stock. Ach, das zählt nicht, wenn das hier drin ist. Alles klar. Das ist wahrscheinlich hier nur so dieses Ladifari. Oder hier kann ich auch Werkzeuge reinmachen. Das könnte ich auch machen. Also, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Erstelle Steinsichel. Jetzt bin ich gespannt. Die werde ich mal gleich ausrüsten. Habe ich mir eigentlich die Schuppe mit erstellt? Ah, dafür brauche ich hier ein Grundholz. Ist klar. Steinsichel. Ausrüsten auf Slot 3. Das ist alles noch nicht fertig, ne? Hafer, Weizen. Mal Weizen. Ey, ich hoffe, das funktioniert. Uh, cool. Das ist so genial, ne? Oh, ist das cool. Also, jetzt brauche ich wieder Dünger. Ah. Habe ich denn jetzt so Dingsge bekommen? Ähm. Nur Flachs. Ah, schade. Vorhin habe ich nämlich, äh, Flachs, äh, die Samen dazu bekommen. Schade. Also, hier klappt es also nicht, dass ich, ähm, ähm, das dazu haben kann. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit Flachs anstelle, aber ich habe ja alles erst einmal gepflanzt. Weil ich gedacht habe, jo, cool. Das pflanzen wir. So. Aber, wir haben lauter neue Quests. Äh, ich will mich jetzt auch gar nicht so lange jetzt hier aufhalten. Ähm, die Frage ist, bevor ich irgendwo hingehe, ob ich mir ein paar schöne neue Werkzeuge baue. Steinwerkzeuge. Gibt es da eine Axt? Nicht genügend Ressourcen. Stock und zwei Stein. Aber ist nicht meine auch eine Steinachst? Oder ist meine eine Holzachst? Ähm. Handarbeit? Nein, meine ist auch eine Steinachst. Äh, Zäune, Straße. Äh, das mache ich noch mal. Äh, Straße. Wasser. Oh, cool. Oh, ist das toll. Ja, so will ich das. Cool. Ah, ich glaube, hier mache ich alles weg. Ähm. Super. Toll. Das sieht mega aus. Immerher mit die Scheiße. Ab in mein Inventor mit dir. Super, super, super. Ähm. Na, ist da, äh, da ist noch was. Ich kann ja gerade nichts... Oh, ein Reh. Die Korre. Gucken wir mal. Da hat sogar wirklich einer eine Quest. Und dann gucken wir mal, ob da oben eine liebreizende Dame für meine Seite ist, die ich gerne erobern möchte. Oh, hier ist ganz viel Johanniskraut, aber was soll ich da jetzt mit... Ich glaube, so viel ist das auch gar nicht wert. So, da ist schon mal jemanden zum wegcapturen. War das hier Schweine? Ah, hier waren Schweine, alles da. Hi. Äh, wie, jetzt sind hier zwei Kerle, oder was? Ähm. Äh, hey, hast du einen Moment Zeit? Ähm. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dir geht's gut. Äh, war das gut oder positiv? Ich glaube, das war eben eher schlecht. Ach, shit. Jackard. Ach, eigentlich will ich, äh... Oh, Jagdtipps. Zeit, Seite, Seite, Seite. Also, so wirklich bei den Männern komme ich nicht gut an. Das ist mir schon ein paar Mal so... Wo ist denn jetzt hier mein Questgeber? Du bist mein Questgeber? Hallo. Ey, warte. Dann geh doch ins Bett. Na, jetzt gehen die auch noch alle ins Bett, die Knallerbsen. Wir lassen mir die auch noch hin. Dann paar mal wieder... Oh, ich muss nach Hause... Knall. Und dann sind die drin. Ich will� Frei.